Ich glaube, die Zeiten, dass irgendwelche Menschen in einem stillen Kämmerchen irgendwelche Produkte sich überlegen, sind einfach vorbei. Ja, das passiert nicht mehr. Sondern es geht darum zu sagen, was braucht wirklich ein Kunde und wie schaffe ich es eigentlich, ein vielleicht trockendes, wirkendes Modell spannend zu machen. Das heißt, zu gucken, was ist gefragt, was sind wirkliche Lösungen, und wie funktioniert das ganz smart und innovativ. Und das ist ein großes digitales Thema, denn es muss sich letztendlich in die Lebenswelt des Kunden einfügen. Und ich glaube, dass wir das ganz gut machen, zeigt, dass wir nicht nur Beste Direktbank gerade gewonnen sind, sondern auch Beste Bank Deutschlands. Also ich denke, das ganze Thema Sprache ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir sehen es in ganz vielen Branchen, siehe Automotive, ja, wenn man dort unterwegs ist. Und dasselbe wird bei Banking auch passieren. Also ich spreche Nachrichten rein. Wir haben das Thema Alexa-Skill, Google-Skill seit längerem auf dem Markt. Bei uns kann man eine Voice-Überweisung machen. Und ich glaube, das ist das Natürlichste der Welt, dass nämlich Sachen einfach passieren. Und wenn wir auf unsere Kinder mal gucken, dann rennen die auch durch die Gegend und halten ihr Handy auf einmal schräg vor den Mund, weil sie nur noch reinsprechen und überhaupt keine Lust mehr haben, was einzutippen. Und ich glaube, der Hintergrund ist da, es ist einfach, es ist schnell, es ist intuitiv und ich kann es nebenher machen. Und das wird beim Banking genauso auch passieren. Also ich glaube, es gibt jede Menge Herausforderungen. Fangen wir mal ganz vorne beim Kunden an. Das Verhalten ändert sich. Kunden machen viel mehr Mobile. Die Desktop-Lösungen haben eigentlich ausgedient. Und darauf gilt es zu reagieren. Das heißt aber, ich muss Funktionalitäten anders denken, Prozesse anders denken. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung. Das zweite Thema ist sicher das ganze Thema Wettbewerbsumfeld. Also wir haben Fintechs, wir haben große Challenger-Banken, die auf den Markt gehen. Wir haben ein dynamisches Wettbewerbsumfeld. Und wir sehen ganz andere Wettbewerber wie die Gafas, die reingehen mit Apple Pay, Google Pay. Ich glaube, da geht es darum, sich als Bank zu positionieren. So, und das dritte ist natürlich ein Marktthema. Wir sind in einem Niedrigzinsumfeld. Das heißt, es ist mehr denn je wichtiger, dass Anleger schauen, wie sie ihr Geld anlegen. Weil de facto auf dem Tagesgeldkonto vernichten sie eher Geld, wenn man auf die Inflationsrate geht. Und da gilt es, Lösungen zu finden, die Nutzern und Kunden Spaß machen, in Wettpapiere zu investieren.